Hallo, heute konstruieren wir ein Dreieck mit dem Konkurrenzsatz SSS. Alles was sie dafür braucht ist ein Geodreieck, ein Zirkel und ein Bleistift. Zuerst zeichnet ihr eine Strecke, in unserem Fall 6 cm. Diese beschriftet ihr als Strecke C. Anschließend beschriftet ihr die Punkte A und B. Danach schlagt ihr einen Kreis um den Punkt B mit dem Radius 4 cm. Nun das gleiche mit Punkt A, nur mit dem Radius 5 cm. Diesen, den Schnittpunkt der beiden Kreise bezeichnet ihr als Punkt C. Anschließend verbindet ihr den Punkt C mit B und den Punkt C mit A. So konstruiert ihr ein Dreieck SSS. …